Ich glaube, ich habe das schon mal gepickt, aber aufgrund der Sporthandität habe ich jetzt nochmal das iPhone-Doc von Apple, würde ich nochmal picken als mein Pick, ist jetzt nicht mehr brandaktuell, gibt nur ein bisschen länger, aber wir haben jetzt mit dem Ding schon ein paar iPads, ein paar neue iPads gesehen, ein paar neue iPhones, seitdem es das gibt und es bewährt sich. Das ist ziemlich cool, also ich war eher so unbegeistert am Anfang, dachte mir so, okay, es ragt halt nur irgendwie der Lightning-Stecker raus und was ist so besonders? Es hat sich als nicht besonders herausgestellt, aber es ist halt voll kompatibel, wenn man mal neue iPhones kauft, wenn man neue iPads kauft. Nur das große 12, 13 Zoll iPad Pro bekomme ich nicht rein, alle anderen iPads passen da auch rein, muss ein bisschen bei dem 9,7 Zoll iPad Pro aufpassen, dass es nicht nach hinten weg kippt oder so, aber alle iPhones passen da rein. Und es ist ein bisschen teurer, es gibt es dafür in der Farbe, in der du dein iPhone auch gekauft hast und es hat einen Klickenanschluss, für wen sowas wichtig ist, kann man erwähnen. Und ich weiß nicht, ich benutze es jetzt schon ein paar Jahre, weil es ist wirklich nicht mehr so neu und es ist echt nett. Also es ist, ich weiß nicht, was kostet es, 50 Dollar, ich weiß nicht, sind wahrscheinlich auch die Europreise dann. Umgerechnet 88 Pfund. Was? Nein. Oh, warte nur, warte nur. Bald halt. Ja, also es ist ein simples, sehr simples Stock, aber dieser simple Auffahr macht es halt gerade so wertvoll, weil du halt keine fancy hohen Kanten hast, in dem halt das nächste iPhone-Modell halt nicht mehr reinpasst. Ich habe da Plus-Modelle drin, ich habe da Non-Plus-Modelle drin. Das wollte ich gerade fragen, wie performt denn das Plus da drin, wenn du noch ein bisschen drauf rumdrückst? Ach so, das ist natürlich also. Oder fällt es dann immer direkt oben? Nein, nein, das hält halt dem, also Plus-Modell halt stand. Ja, das hält es, aber wenn es jetzt steht, fällt es dann oben nach hinten, wenn du drückst? Nein, 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 du musst ein bisschen aufpassen. Du musst ein bisschen aufpassen, okay. Du musst ein bisschen aufpassen, also. Also nichts für Philipp. Nee. Also das ist schon, also das fällt nicht so leicht um, also ich kann das mal demonstrieren. Hier, pass mal auf, jetzt kommt eine Demonstration. Oh Gott. Oh Gott. Wenigstens gibt es gleich auch ein Gift vom Alex. Schade eigentlich. Wenn ihr jetzt das MacBook mithält, das iPad. Wie sieht es denn aus mit dem iPad? Ja, also iPad 9,7, also 13 Zoll würde ich nicht reintun, 9,7 Zoll kannst du reintun, da würde ich aber irgendwas gegenlehnen, also dass es irgendwie gegen eine Wand steht oder so, weil sonst wäre mir das zu wackelig. Aber es geht, also wenn du es halt mal kurz laden musst und halt nur da reinstellst und du musst halt mal was lesen dort, dann geht es. Ich würde es nicht frei hinstellen mit dem iPad, aber wenn das oben, die Kante oben gegen eine Wand lehnt, ist das kein Problem. Okay. Genau. Kannst du es rausheben, ohne dass es mitkommt? Nee, kannst du nicht. Also du kannst, warte mal, ich schränke das gleich kurz ein. Wenn du es hochhebst einfach so, dann hebt es sich mit hoch. Diese Gummisohle, die unten dran ist, die ist sehr rutschfest, also es verrutscht dir auf keinen Fall auf dem Tisch. Also wenn du eine Glasplatte hast oder eine Holzplatte, das verrutscht keinen Zentimeter. Ähm, um es rauszuheben, musst du einfach den hinteren kleinen Finger, äh, gegen, äh, das, ähm, das Dock drücken und dann dein iPhone rausheben. Und dann geht es, dann geht es problemlos. Also das ist, das ist kein Problem. Aber du, aber das Gewicht alleine vom iPhone zieht das Lightning-Kabel jetzt nicht raus. Diesen Lightning-Stecker. Das heißt, wenn du musst ein bisschen Gegendruck aufbauen und dann funktioniert es ganz gut. Also du kannst es, ja, du kannst, um es kurz zu machen, du kannst es mit einer Hand aus dem Dock nehmen. Okay. Gut. Äh, ja, also Dock, es ist immer so, so, weiß ich auch nicht, wo ich es hinstellen soll, weil das dann auch oft irgendwie im Weg vom Monitor ist und so. Äh, beim iMac hat es irgendwie noch drunter gepasst, aber jetzt den 4K, den habe ich irgendwie so komisch schräg mir hingeschoben. Also, ja, muss man mal, muss man sich auch vorher überlegen, wo man es auf dem Arbeitsplatz vielleicht hinstellen möchte. Ja, ja, ich habe, ich habe, wie gesagt, ich habe nur eins von diesen Docks und ich wünsche mir manchmal irgendwie, äh, vielleicht muss ich einfach mir nochmal ein zweites kaufen oder so, weil ich merke, ich benutze es sehr häufig. Also hier liegen überall irgendwelche Lightning-Kabel rum und trotzdem landet das iPhone dann doch im Dock immer wieder, weil das halt auch sehr leicht einzustecken ist. Also, weil du halt mit einer Hand einstecken kannst und so ein Lightning-Kabel musst du halt immer festhalten. Und deswegen, äh, du brauchst auf jeden Fall irgendwie einen Platz, um es aufzustellen. Und, ähm, ich habe auch zu Hause diese ganzen Dock-Geschichten nicht, ähm, und da stecke ich halt immer Kabel ein. Also, es muss halt auf dem Platz schon passen, das stimmt schon. Okay.